Viel hatten wir damals nicht. Nur große Träume. Was für eine Verantwortung, als unser Kleiner kam. In den Urlaub mit dem schicken Auto. Qualität war uns immer wichtig. Unsere Enkelin, da spürt man, wie wichtig Vertrauen im Leben ist. Wir waren immer füreinander da. Am Ende der Reise gut ankommen. Vertrauen Sie dem Zeichen Ihres qualifizierten Bestatters. Untertitelung des ZDF für funk, 2017